Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Wir haben Produkte und Systeme, die sowohl Tanks, Container als auch Silofahrzeuge innen reinigen. Dadurch, dass verschiedene Produkte in diesen Behältern transportiert werden, ist auch die Reinigung dieser Produkte sehr anspruchsvoll. Und deshalb muss auch die Lösung, die dann installiert oder projektiert wird, sehr individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Die Anlage besteht aus diversen Komponenten. Zum einen sind die Komponenten im Technikraum, da sprengen wir von Pumpen, Heißwassererzeugungen. Dann haben wir einen großen Teil der Steuerung, dass die ganze Anlage eben funktional zusammenarbeitet. Und einen ganz wesentlichen Faktor spielt auch der Tank-Innenreinigungskopf, den Sie hier jetzt hinter mir sehen, der eben diese ganze Energie und Temperatur, die da in den Pumpen und Heißwassererzeugungen produziert wird, zur Reinigung in den Behältern an die Innenwand aufbringt. Die Innovation bezogen auf unser vorheriges Produkt ist, dass der Antrieb mit einer Wasserturbine im Inneren funktioniert. Wir haben das Produkt sehr robust gemacht. Wir haben das Produkt sehr vielseitig gemacht, um auf möglichst viele Anwendungen reagieren zu können. Wir haben das Produkt mit möglichst wenigen Einzelteilen zusammengebaut, um das Thema Wartung für den Kunden noch einfacher zu machen, um so auf die Betriebszuverlässigkeit zu erhöhen. Der Kunde kann selbst Kleinigkeiten, Dichtungen tauschen, wenn durch die hohen Betriebsstunden was notwendig sein sollte. Vielen Dank.